Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Wir machen hier eine kurze Übernachtung und dann geht es weiter in der Story. Ich habe gegessen, jetzt kann es weitergehen. Das ganze Team ist Level 32 und jetzt kommt eine Cutscene. Juni ist meine Waifu, ich sage es euch. Die Flügel auf dem Kopf sind zwar doof, aber ich kann es nicht alles haben. Ist das der Typ vom Anfang? Die Flügel auf dem Kopf sind. Die Flügel auf dem Kopf sind. Oh, oh, oh. Oh, danke. Du machst dir jetzt ein paar Schoko-Crossies? Stopp. Wir wollen auch alle Schoko-Crossies. Wow, look at you. Sounds like a hobby. And a practical one at that. Yeah. So geht das aber nicht am Rally. Wie ich gesagt habe, praktisch. Glücklich, es funktioniert. Oh. Du hast es gesehen. Ich habe es. Ich habe es auch gemacht. Hä? Ey. Die geben ihr auf den Sack. Ihr habt alle die falschen Waffen in der Hand. Und Tremors sind zurück. Will ich sehen die gleichen Fälle, wenn ich wundere? Will ich sogar bei mir sehen? Huh. Easier mit dem Mark, ich glaube. Du wißt, wenn es kommt. Aber wenn du in einem Schrapp... Kannst du wirklich sprechen für sie, dann? Für jemanden nehert den Ende? Huh? Because I couldn't tell you. All we can possibly do is wonder what it's like. What can one feel? Contentment? Perhaps? Or sheer horror? I'd really hope it's not fear. Me too. That's just it. Umso kleiner der rote Punkt ist, umso weniger Zeit. Sehe ich das richtig? Mögenlos Spacken. Das ist die Kolonie, die ich in der Köln gehörte. Das ist die Kolonie, die ich in der Köln gehörte. Ja. Es war Kolonie, definitiv. Ist das... Ist das schlecht für uns? Hm. Okay. So, du kennst diese Bereich? Ja. Ich habe die Rolle in... ...zurem diese Bereich. Okay, dann. Any suggestions? Oh, ähm. Come on. Come on. Let's see. Boah, sein roter Punkt ist aber auch noch ultravoll. Sounds good to me. We might still get enemies. But underground? At least we won't have to worry about Lunking, Pharaonises and that. Tunnels? Thriller of Explore. Riku already on treasure scent. Ah, ha, 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 ha. Seems like that's the way to go, then. Uh, w-one moment. These tunnels have been disused for a long time. There's a very real risk of a cave-in. If it comes down to it, escape options may also be in short supply. Nah, nah, nah. You're the one who came out with it. Unless you got any other plans? You better not want us to just camp out here forever. No, obviously. All right, let's back it up. Any route we can take will have some attendant risk or other. At this point, I'll settle for any choice that makes our lives easier. Enough with the doom-mongering. Just keep it positive. Things will work out somehow. Mimi, what's up with you? Sounds like little Miss Senior's decided to pull rank, eh? Roger that, Mom. Oh, shut up already. Right, let's go. We'll check out those tunnels. Hey, wait for me. So, dann machen wir mal da hinten den... Oh Gott, den 44er. Ach, machen wir doch nicht. Machen wir doch nicht. Haben mich umentschieden. Alter. Ja, also ich hatte jetzt bestimmt schon 5, 6, 7, 8 Mal Wege, wo ich nicht langen konnte, weil die Gegner zu stark sind. Da frage ich mich natürlich, hier auch wieder. Level 40, ja moin. Da frage ich mich natürlich, wann komme ich hier nochmal lang? Oder muss ich mir dieses Wege selber merken und dann einmal hier lang gehen? Mann, ich habe so Bock, Level 99 zu sein, alles hier wegzuracken, eh. Aufs Endgame freue ich mich so krass wie in kaum einem Game. Ich envele dich. Was? Aioli auf Bockwürstchen, das wäre abartig. Ich finde, Aioli kannst du überall drauf machen. Ich könnte auch Aioli auf mein Nutella-Brot machen. Aioli ist einfach geil. Einfach Öl mit Knoblauch. Geil. Ich wusste bis ich Anfang 20 oder so war, nicht was Aioli ist. Weil in meiner Familie niemand hat irgendwann irgendwie Aioli gegessen oder so oder auch nie bestellt oder gemacht oder sonst irgendwas. Deswegen wusste ich bis ich ausgezogen bin zuhause, nicht was Aioli ist. Und seitdem liebe ich Aioli. Und seitdem lieb ich Aioli. Könnte auf alles Aioli essen. Koch-Azubi. Ich denke ich muss es zurücknehmen. Bili ist Koch? In meinem Nahrungsplan. Geil. Und wir haben was neues herausgefunden. Skoppel ist Italiener. Einmal bitte ins Profil schreiben Das war der Italiener, ja, hat er gerade gesagt Aber wie wird man von Koch Lehrer, also den Werdergang verstehe ich ja gar nicht Das war aber eine krasse Umschulung beim Arbeitsamt Ja, ich habe die letzten Jahre als Koch gearbeitet und kann alles mögliche kochen Und habe hier in dem Restaurant gearbeitet und hier und da Aber ich würde jetzt gerne Kinder unterrichten Hä? Achso, Lotzke ist jetzt halt jener Das Problem ist, ich achte immer auf die Farben Und Skoppler hat bei mir im Chat Rot und Lotzke hat auch Rot Ich dachte, ja, ihr habt bei mir die gleiche Farbe, das ist verwirrend Und ihr habt beide den Stern vor... Ne, doch nicht Man, lasst mich Ihr kennt mich doch mittlerweile, man Wenn man mit Tieren arbeiten will Hilfe Tatja ist bei mir zum Beispiel pink Gibt es sonst niemanden, der pink ist Wenn ich pink sehe, weiß ich sofort Tatja Also Skoppler ist Italiener War Koch, ist jetzt Lehrer Oder wie war das? Oder wie war das? Entstanden, das ist gut genug Ja, geh auf Ich gebe dir eine Hand Auch Lance Das ist immer gut zu haben 3 Lost, Lost Alu Na sowas Man freu ich mich morgen auf Raft Das könnte witzig werden Das ist so geil, ich bin overlevelt und kann hier überall vorbeilaufen Ab heute morgen kam Folge 2 von Xenoblade Online Würde ich mich auch selber über ein Like freuen Hm A brand new Vista What a world Hm Doesn't look like it's working, guys Ich hab doch erst das Zylinder Ich hab doch erst das Zylinder Ha Abkürzung Ha Bitte Wenn du gesprungen bist Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Okay. Vergessen, die Nahrung zu machen. Okay. Let's go. Okay. 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 Oh, guck mal, da geht's doch noch runter. Erstmal hier runter, oder? Ha! Let's just sneak a peek. Looks like this is our way down. Spinnen! Of course there's monsters. Oh, well then. Nothing else for it, it seems. We don't have time to burn here. Let's ash em up, yeah? Banana, help with fighting! Huh? Ah! Banana! Don't be so... Banana banana. Banana today! Oh no! Banana, stop! Banana cannot stop potting me! Watch out! Uh, Banana... Are you okay? Banana, please be okay! Manana is fine! Just watching you made my heart go pitter-patter. Seriously? Phew! See? Manana isn't... Manana! A special heavy duty pot, also for self defense! It's... That not... Manana, you have to understand, the poor Riku was worried... Meint ihr, Riku und Manana können sich auch noch verbinden irgendwann? Hmm... That Riku... Manana... Then it's settled. Let's use this to get ahead! I hate the waiting part! Manana sure has a wild side huh? Huh? Is it just me? Or is that rock sparkling? Oh, maybe it... auf zwölf minuten was ist in zwölf minuten wieso noch zwölf minuten du weißt ich bin hab 30 stunden vorsprung selbst wenn du die cutscenes überspringen jetzt habe ich noch 20 stunden vorsprung dann ist drei auf der switch ach so runtergeladen so Es ist schwer die Unterschiede zwischen Aure und Gemstone. Das ist das, was Rikus entwickelt wurden. Alles gut. Was für eine 3. Ich dachte erst die ersten 50 Sekunden Uhrzeit. Dann ist 3 Uhr auf der Switch. Das Gefühl habe ich manchmal auch Tatja. Das ist so eine Kackidee. Ist so Tatja wohnt nicht weit weg und Lotzke wohnt auch nicht weit weg. Dann müsst ihr jeden Tag hier hin tingeln, euch neben mich setzen und mir den Chat vorlesen. Und dann verstehe ich trotzdem nur die Hälfte, weil ich nicht zuhören kann und gleichzeitig spielen kann. Geschweige denn zuhören und reden. Klar ist euch, das macht sich besser. Genau. talked Komm nach mir und das ist das, was du bekommst. Ah, wenn nur du nicht auf dein eigenes Geld schaffst. Nun, das hat sicherlich geöffnet. Genau, Mimi? Das ist ziemlich mindblörend. Welch seelischem Leid. Schmerzensgeld ist das. Das ist kein Gehalt. Ich muss ja nur Schmerzensgeld zahlen. Wann ist das entspannt, überlevel zu sein? Woah, got a rare dude da right here. Don't just assume they're pushovers. Let's end up quickly. Wies, last, first serve. Stecker, love, surprise. Keep them intact. Eyes over here. You didn't get a point. That was spectacular. And I was the MVP. You're all thinking it. Riku seems to find great joy in rocks. Gemstone and ore are... And ore we pick up from... Banana not rock, scientist. You could identify them all, Riku. You sure know all... Riku, don't be... See... Stop, banana... Is pretty cool. Or... From supply material to maintenance work. That's Riku's job. It's... Just doing... You... Wow. Too much nutty. That's what? We need fat. Huh? We're next. Over. Hmm... A brand new vista. What a world. Time for a tea break? I've been craving some downtime. Sollen wir hier übernachten? Ich habe nicht zugehört. Ich glaube ja, ne? Hmm... So tasty. Nothing like a hearty meal to keep you going for the long haul. It even wakes you up somehow. Well... Endless rations are so boring. Then I'm... High on... Achy. And I'm... You... It's okay. Do you... Is this... Oi. What? Is not... You're not... You think he minds? It was... She was... I think... And... Riku! Let's not... It's real. Senpai you... Just a... Then let's... Yeah. Okay. As no. Warum sie einen blauen Stein hat? Nö. Ich habe aber auch mehrmals gefragt, wieso ihre Haare brennen. Konnten ja auch niemand beantworten. Das girl is on fire. Das girl is on fire. Was... Is this like... A rare thing? Huh? What in the world is this device for? Ey. Wann kann ich endlich diese Dinger benutzen? Mann. Da muss ich ja später wieder hier hin. Nervig. Oh Gott. Den Sprung über... Nein! Bin tot. Ich bin tot. Entschuldigung, alle. Ich bin tot. Entschuldigung. Poanal. Gain. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 3. 2. 2. Das muss ich hier auf jeden Fall in der Höhle. Ach nee, hier ist ein Spinnennest. Spinnennest, drauf treten. Tretet sie platt, die ganze Spinnen. Spinnennest, drauf treten. aber jetzt kämpfen die mit oder was noch ein paar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vernichtung. 15k waren er gerade. 200.000. Let's go. Hrwh. Right? I didn't... Hrwh. Come on. But now we know you can fight with us. How reassurably so? And that's not all. We fetch back nice... Yes. Looks like right. Hrwh. Rikku. ab hier schlossen 10 sp geil neuer held cool sena das machen wir doch safe sofort oder schild angreifer beherrscht angriff und flächen unterstützung nutzte schadensband um effizient mehrere gleichzeitig zu bekämpfen fühle ich 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 da wird jetzt aber sofort umgeändert bei sena wo ist sena hier ne angriff geht ultra runter ich weiß gar nicht dass das so gut ist angriff 110 geht runter die klasse ist aber auch level 1 was wenn wir die klasse auf 10 machen ändert das was ändert gar nichts egal ich mach das weil ich einfach will block sperre schwanken das gut brand kript rate hoch das gut wir können so bleiben ist das für ein scheiß irgendwas sagen was angriff erhöht auf jeden fall habe ich das schon es gab doch einen der mehr angriffe macht erhöht treffer rate jetzt das ich bin ich bin ricku und manana machen eine gute pausel nicht ricku hören du kannst ihn sogar noch mehr vermutlich Ich weiß nicht, wie er bereits ist. Schönen Tag, Lotzke. Einfach 10 Harmonie, äh. Weiß ja nicht. Selber zocken, viel Spaß mein Bester. Viel Spaß beim Zocken. Das ist so ein Game, das könnte ich mir richtig richtig gut vorstellen, so mit der Switch im Handheld, nebenbei eine Serie gucken und dann hier einfach so schön durchlatschen. Weil das ist so ein Game, da muss man ja nicht 100% die ganze Zeit konzentriert sein. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. So entspannt bei einer schönen Serie oder beim Essen. Oh, bei einem anderen Twitch Stream mit dabei. Kann ich mir ultra gut vorstellen. Nein. Aha. Haben wir dich. Tschüss. haben wir relativ ja da schön wo sind unsere schokokosten die 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 Was ist das? 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 Loll der ist einfach runtergefallen, wir müssen jetzt da auskühlen, gut, Angstkette, let's go. Okay, time's over. Okay, time's over. Okay, time's over. Okay, time's over. 77. Die machen übel Schaden. Reaktivieren. Okay, time's over. Mir fällt grad auf, ich hab diese Angriffskette noch nie gemacht mit den Ouroboros zusammen. Müsste ich aber eigentlich mal machen. 747% Schaden, es hau mal Schaden raus, Nioh. Nur 120.000, das war nicht so krass. Schööön. Besiegt. Ach, den auch noch? Okay, besiegt. Lärmende Limpos. Besiegt. Oh, Ackermatch. Rein ins Ackermatch. EP. Ich nehm mal, wir haben ein paar Nopper um uns und ich hab eben voll viele verbraten. Das war ja höchstens zehn Sekunden. Ich hab das Gefühl, wenn jemand hier so hoch springen muss. Hä, ich komm hier überhaupt hoch. Ist das irgendein seltenes Item ist? Ne, Trommelholz. Was für ein geiles Terrar, Mann, Leute. Am Ende wieder gegen die Riesenspende kämpft. Der Entscheine besiegen wir aber. Was für ein geiles Terrar, Mann. Und ich bin der MVP. Was für ein geileser Terrar, Mann. Ich denke, ich sollte versuchen zu sein. oh stinking giftwerfer das passt ja perfekt der name grüß dich der gute alte giftwerfer hat gift geworfen das ist ja mal ein geiler zufall mehr in coming my legs Spiel es gut und zu empfehlen. Ja. Ich verstehe, warum diese Taktik spezifische? Könnte es sein, der Kommandor? Das sieht schrecklich aus. Keine Chance zu wissen, wo sie jetzt kommen werden. Wasser. Wasser? Ja. Ja. Es gibt Wasser in diesen Häusern. Wir können sie nutzen, um einen Weg zu machen. Du sagst, einen Dach zu machen? Taion, entscheid! Schau, ich vertraue deinen Juden. Du? Okay, wir müssen gehen. Ich schlage es, um die beste Option zu sein. Alles, was ich zu hören musste. Los geht's! Leid den Weg! Ich bin auf. Die sind auf Stufe 25. Die kann die Safe besiegen. Was ist das denn? Ist doch... Ist doch chillig. Mit der Zahn und folgen. Was ist das denn? Ich muss anfangen. Ich bin auf die Seite. Ich bin auf die Seite. Unde raus. Ich bin nach oben. Ich bin auf das Wasser und ich habe. Ich bin auf das Wasser. Ich bin auf dem Seite. Ich bin auf dem Wasser. Ich bin. Der Wunder! Ich bin auf der Seite. Aber wir müssen das raus. Ich bin auf dem Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist der denn her? Go, go, poor Rangers Ich habe das nur geschafft, weil ich mal sehen wollte, ob das mit Ich habe gar keine Ohoboros Muss ich vielleicht alle Ohoboro haben, gerade dann? Ich falle nicht um Ah, fast runtergefallen This place not bad, not bad at all Okay, bevor wir weitermachen starten mit einer neuen Folge Leute, lasst ein Like auf dem Video da Abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, haut rein